Devi ist eine großartige Möglichkeit. Sie ist so beschaffen, dass sie schräg ist. Sie macht dich ohne Grund verrückt. Sie wird dich vor Leben überfließen lassen. Nun, wenn das Leben dich nicht überwältigt und dir auch nur einen Tropfen Tränen in die Augen getrieben hat, dann stimmt mit dir etwas ganz und gar nicht. Das solltest du wissen. Die Energiemanifestation, die wir heute als Devi Bhairavi bezeichnen, ist ein bedeutender Aspekt, den man nutzen kann, um die Vielfalt der Fähigkeiten zu entfalten, zu denen ein Mensch fähig ist. Alles, was ein Mensch je gewusst hat, könnte für dich zu einer lebendigen Quelle des Wissens werden. Wer Zugang zu dieser Gnade hat, wird hier so leben, dass andere Leute denken werden, man sei ein Übermensch. Sie haben eine Leidigende. Sie wissen, dass mon mir immer immer noch nicht mit dem Aber das ist normal, den eine Leidigende. Sie haben uns einen deutschen Karten und Sie haben uns ver primärmensch. Sie haben die Leidigende.